Hallo meine Leute, willkommen zum zweiten Spieltag der Kreisliga-A-Predictions Saison 2022-23, 2. Spieltag los geht's heute um 15.00 Uhr Tos Pindelbeck, verletzt gegen FC Blauweiß Weser 2-3. Spielvereinigung SG-Spielvereinigung Egge unterliegt Spielvereinigung Wackel 2 mit 0-4. Dann SG-Schervater-Rinbeck-Frexen unterliegt SG-Pinokörbeke 1-2. Dann eine abgesagte Partie SG-Warburg-Kallenberg in Klammer auf ZZG in Klammer zu gegen FC Gärmerte Wormeln. Das gewinnt Wormeln mit 3-5. Dann um 15.00 Uhr SG-Marienmünster-Rechnau gegen SG-Erkeln-Hemsen. Und das geht 1-4 aus für Erken-Hemsen. Dann TSC-Steinheim unterliegt SG-Albachsen 1-5. Dann um 16.15 Uhr Tick-Brakel gegen FC Stahle. Spektakel 3-3. Und um 17.00 Uhr Tuss Lüchstring unterliegt SG-Germania-Brenborn mit 2-5. So, das war's vom 2. Spieltag mit den Predictions der Kreisliga A. Saison 20, 22, 23 los. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Dornchen nach oben da. Vergesst kein Abo. Dann nehme ich das Glöckchen. Das nicht vergessen sagt die Wehnsache. Passt dir keine benötigte Gucken auf diesen Channel. Und bis deiner GoodKick. Ciao. Bis zum nächsten Mal.